Musik 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 Also als erstes Mal möchte ich gerne ein super Turnier spielen. Ich habe jetzt das letzte halbe Jahr gute Ergebnisse gehabt, habe viel an meinem Spiel gearbeitet und hoffe, dass ich das da umsetzen kann. Ich will jetzt nicht so auf die Auslösung gucken und sagen, wenn ich eine gute Auslösung habe, komme ich so und so weiter und ich will gegen keinen Chinesen kommen. Also ich möchte schon die ersten zwei Runden gewinnen. Dann werde ich normalerweise dritte Runde gegen eins bis sechzehn spielen. Davon habe ich auch schon gegen einige von denen gewinnen können in der Vergangenheit und letztens auch schon vor ein paar Monaten. Da hoffe ich mir schon ein bisschen mehr. Dazu muss ich aber ein gutes Tüchternis da zeigen und ich hoffe, dass ich das an der Platte zeigen kann. Musik 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 Musik